mein moin und herzlich willkommen hier zu deinem best friends spiel ever mit meinem hilfskoch der absolut nicht hört den dekretiere ich jetzt zum praktikanten also mit meinem praktikanten salvatore mamma mia hallo du musst dir das erstmal wieder für den hier ordentlich hier in der küche arbeiten zu können also level 33 20 sterne brauma also wir haben genug sterne moment also so ist schon richtig gut so wenn auch kein abo da gelassen könnte mir ein abo dann lassen wir lassen so wir brauchen das ist knubi was mache ich mit der knubi haben wir überhaupt einen ofen ja bei dir ist ein ofen was machst du hier ja du bist schon wieder überfordert mit allem ne und außerdem muss jeder auf einer seite bleiben und so wie ich das sehen sehen kann ist jeder für seine eigene pizza zuständig quasi aber jeder hat so einen ofen also können wir das so machen einer macht die knoblauchpizza und einer macht ohne knoblauchpizza was hältst du davon einer macht margareta und einer macht zuzug okay und bleib auf der linken seite ja schneiden musst du trotzdem du ja aber du hast ja da oben dein eigenes schneidebrechen du bleibst links ich bleibst rechts ich mache nur meine eigene pizza hier fertig wenn ich irgendwie was brauche dann sage ich bescheid aber eigentlich brauche ich nicht immer meine tomaten jetzt hier also du machst du mit der würstchen ich mache nur wurscht so ich bereite mir sogar hier schon mal ein bisschen käse vor falls mir der käse abhaut und tomaten falls mit tomaten abhaut oh meine pizza fertig bitteschön mamma mia was hast du gemacht bin eingesperrt er ist fertig hier ja also völlig wo sind denn dieses heller wo kommen die eigentlich an hier sind die dreckigen teller hier unten hier dreckige teller da kann ja was werden also ich habe zwei pizza fertig den ofen damit nein nein einer muss unten bleiben unsere pizzen zahlen wir unsere pizzen ich bin überfordert was da los wieso bist du überfordert waschen 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 ja man muss halt gucken also ne klar einer bleibt links einer bleibt rechts aber wenn wenn sich das so dreht muss bleibst du unten und ich oben also ich bin immer rechts und oben und du bist immer links und unten waschen kann man sich ja eigentlich auch gut werden warum krieg ich denn noch ne was oder ich bin also ich bin noch an wir Es dreht sich. Einer muss jetzt unten bleiben. So, bei mir habe ich auch eine Pizza drin. Denk dran. Bei mir habe ich eine Pizza drin. Ich bringe die eine schon mal weg. Hier ist noch eine für den Ofen. Der links. Wir brauchen einen Teller. Okay, jetzt geht links rüber. Geh links, links. Bevor du stirbst. Hier, dreckige Teller. Einen ganzen Haufen davon. Äh, brauchen wir dann auch. Der Käse auf jeden Fall. Der Teig ist schon fertig. Okay. Okay, du gehst wieder runter. Hä, wo ist meine Tomate denn? So, hier ist auch eine Pizza fertig. Hier, 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 hier. So, eine mit Wurst. Bleib links, bleib links. Bleib links! Bleib links! Bist du schon fertig? Komm, der Scham ja. Der Scham war zauber. Zauber oder Scham? Hier ist eine fertige Pizza. Fertige Pizza. Wenn noch nicht fertig, jetzt fertig. Fertige Pizza. Und ich brauche diesen Teller da unten. Ah ne, den brauchst du ja selber gleich. Pizza unten. Pizza. Gut, hab ich. Da ist noch eine fertige Pizza. Die kann in den Ofen. Das schaffen wir noch. Nimm schnell in den Teller. Erst in den Teller. Du brauchst erst in den... Ah, den brauchen wir gar nicht. Du brauchst gar nicht in den Teller. Wir schaffen ihn noch eine. Ganz schnell gleich die Pizza hier auf den Teller. Und ich renne da mit hin. Drei, zwei. Nee, schaffen wir nicht. Ah, schade. Haben wir es aber geschafft? 779. Sieht doch gut aus, oder? Ja, sieht doch gut aus. Oh, wir sind gut. Null daneben. Oh Mann, was ist das denn? Was? Mit Rollstuhl auch noch. Mit Rollstuhl? Ja, kriegst du Glück auf mich. Achso. Einer mit Rollstuhl. Ja, den nehm ich jetzt. Obwohl, ist das nicht dein Tier? Was du hast? Ich bin ein Fuchs. Du bist ja kein Fuchs, du bist eine Katze. Und ich bin jetzt ein Waschbill mit Rollstuhl. Okay, so. Nächstes Level. Zahlbar. 440 brauchen wir. 440. So, also ich bin jetzt hier mit Rollstuhl. Ich bin jetzt behindert, ne? Denk dran. Was müssen wir denn machen? Ah, Burger müssen wir machen. Okay, ich verstehe. Was machst du? Ja, okay. Hallo, ich hab nur zwei Teller hier. Ne, da bringt mir nix. Was kann ich da machen, damit du deinen eigenen Bar... Du kannst deinen Teller doch vorbe... Ach, du kannst hier durchkommen. Ah, ja, da oben können wir alles fertig machen. Genau. Komm, wir machen hier oben alles fertig. Das ist halt ja so ein hin und her gebiegen. Wie sagt er das? Teilweise habe ich ja schon wieder zu viel Müll. Mach du einfach liegen. Dann nimm einfach, was du brauchst dann. Ja, das ist schwer hier anzuklicken, was man braucht. Vor allem wirst du mir das die ganze Zeit in die Hand. Oh, Salva, das ist mir zu chaotisch. Ich mag das so nicht. Das macht mich fertig. Pack ich auf den Teller. Ja, jetzt läuft er damit auch noch weg. Ja, Moment, ups. Ja, ich brauch Fleisch. Ich hab hier nur Gemüse rumfliegen. Tausendmal Gemüse. Und nicht einmal Fleisch. Nee, wir beschneiden nochmal, Leute. Und hör auf, mir das Gemüse hinzuwerfen. Du weißt doch, wir haben nur vier Teller. Also brauche ich auch nur Maximum vier Brötchen und viermal Fleisch. Und du hast selber zwei Brötchen. Also zwei Teller. Also brauchst du mir nur zwei Dinger geben. So, und jetzt viermal Fleisch. So. Nein, brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Schmeiß das weg. Brauche ich alles nicht. Salat. Ja. Ich brauch keine Tomaten. Du machst die Küche schon wieder voll. Hör doch auf. Ich kann mich so nicht... Salat, hör bitte auf. Das ist der Puffer. Nein, der Puffer ist im Weg. Nee, ich hab nicht. Der liegt im Weg, doch. Lass doch liegen. Gib mir zwei Brötchen und vier Fleisch. Mehr will ich erstmal nicht. Warum hast du da keine Brötchen schon rauf? Du hast doch die Brötchen alle bei dir. Nee, hä? Du hast doch vier. Nein, du hast doch Brötchen. Ja, und die hättest du doch auf deine Teller raufpacken können. Ja, aber das Problem, du machst es jetzt. Ja, um die Bestellung musst du dich selber da oben kümmern. Da war falsch. Warum war ein unfertiges dann hier von vorne? Das geht so nicht. Wir müssen... Du hast doch einen unfertigen Dome gebracht. Was kann ich denn dafür? So, warte mal. Also. So, stopp. Also man kann gar nicht stoppen, ne? So, erstmal. Genau. So, und zwei brauche ich. So. Und jetzt? Vier Fleisch. Genau. So. Ein Fleisch mit noch. Ein Fleisch mit noch. Das ist nur drei Brot. Aber wir haben vier Tellerzahler. So. Die bringe ich jetzt hier auch schon mal nach oben. Ich mach das da oben mit den Bestellungen. Wirf du mir einfach erstmal das rüber, was wir brauchen. Wir brauchen zwei Käse. Zwei Käse brauchen wir. So, einmal. Ups. Hilf mir wohl nicht. Ja, also hier oben das alles vorzubereiten, ist so dumm. Ne, da oben ist das dumm. Da oben ist das einfach nur dumm. Dumm, dumm, dumm. Ich muss da jedes Mal hoch wegen einer Zutat und so, statt da so einen fertigen Burger hinzubringen. Äh, warum jetzt so lacht? So, ich mach hier erstmal einen Platz mehr, indem ich diesen blöden Feuerlöscher hier hinleg. So. Okay, so. Ja, weiter, 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 weiter. So, jetzt bring die, deine Burger kannst du mir hier hinstellen. Bring dich hier rüber. Auf, auf dem freien Platz. Irgendwohin, ja. So. So, Fleisch. Und dann helfen wir mal bitte mit Fleisch schneiden. Ich komm hier nicht nachher. Ich bin überfadert. So, hier noch so ein Brötchen. So, und das Brötchen hier. So. Wann? Äh, was brauchen wir denn noch? Ein Käse. Also, haben wir schon so einen fertigen? Ja, so einen fertigen hab ich schon mal. Den bring ich schon mal weg. Ja, ein mit Käse. Hier. Zack. Den bring ich dann auch schon mal weg. Ein mit Tomate ist hier. Hier fehlt noch Salat. Okay. Ich dachte, du hast alles rübergeworfen, was wir brauchen. Ja, du bist ja nicht vorbefand. Drei Salate brauchen wir da drüben. So. Ich krieg eine Krise. Eine Waller Krise. So, und die kann man hier hinpacken. Weil, wenn du einen Teller wegbringst, kannst du einen neuen Teller mitnehmen. So, wo brauchst du denn was? Ja, bring den einen Teller schon mal weg. Den du da hast. Da oben. Da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Da fehlt ein Tomate, was du da hast. Bring den anderen weg, ja. Und der andere für Käse. Den, den du... Du sollst die leeren Teller mitnehmen, wenn du da bist. So. Das ist noch ein Gang. Rauf, wegbringen und einen Teller mitnehmen. Genau. So, und ich nehme mir den dränkigen Teller. So, jetzt brauchst du Fleisch, ne? So, ich kann hier, kann ich besser arbeiten. So. Äh, eine Tomate noch. Warte, eine Vollkatastrophe, ey. Ja, ein Minus, aber vielleicht haben wir das ja trotzdem. So, du brauchst Burgerfleisch, ne? Ja, ich werf mal eben Hamburger rüber. Da, brennt ein Brötchen. Ja. So, was können wir jetzt schnell wegbringen? Können wir... Haben wir irgendwas fertig? Ne, tu mal es einfach überall alles rauf, ne? Dir ist doch so ein Schnuppigal, was da oben ist. Guck mal, wir brauchen... Den einen mit... Ja, den hier. Aber guck mal, was da oben alles wackelt. Wir haben keinen Käse. Zeimer, mach mich nicht verrückt. Zeimer. Wir hätten das... 90. Dann hätten wir es geschafft, ne? Das ist nochmal schwer. Willst du nochmal versuchen? Ich meine, zwei ist ja Pflicht. Zwei haben wir. So, willst du das nochmal versuchen? Mach, ich mach dein Part, weil du bist überfordert bei deinen... Ist doch so. Also tauschen wir direkt hier die Plätze. Ja, warte. Und mir schmeiß einfach alles. So, vier Brötchen. Und dann natürlich auch viel Fleisch. So, ich bring dir jetzt erstmal aber die leeren Teller. Einplatzen hätte man mehr, wenn man diesen Feuerlöscher hier wegpackt. Guck. Okay, so, ich kann nämlich oben ganz gut hingucken. Also, wir brauchen zweimal Käse. Dreimal Käse. Und ein Salat. So, wenn irgendwas fertig ist, ich stehe bereit und ich helfe. Ich helfe, wo ich kann. So, den bring ich schon mal weg. Hier fehlt noch ein Fleisch. Kann man hier tauschen? Nee, kann man nicht, ne? Hast du verkackt. Der bringt auch den einen Cheeseburger doch schon mal weg. Aber warum haben wir für den 1 zu wenig Brötchen? Also, ein Brötchen zu viel. Das verstehe ich nicht. Hier. Ich bring den eben weg. Ja, du. Du, du hast die geschickt. Ich schneide und vorbereite nur. Okay. Nicht mal den Part kannst du ihn kriegen. So, drei. Wir haben ein Level gefunden, Leute, wo Hase einfach... Dann brauchen wir eine Tomate brauchen wir. Zwei Tomaten brauchen wir. Nee, ich habe dir vier Brötchen gegeben. Und erstmal noch nix. So, ich bring dir einen Teller vorbei. Und nimm direkt den Drecking-Teller hier mit. Dein Burger brennt. Wo ist denn der Salat? Haben wir noch keinen Salat? Scheiße. Schnell Salat. Hier. Machen wir schnell Salat und bringen den weg. Direkt aus Brötchen und weg. Direkt... Nein, nicht beide schneiden. Direkt rein und... Nee, das ist der Falsche. Das war der Falsche. Weil hier fehlt... Der Burger doch noch. Und bei dir brennt's. Ja, dann können wir ja direkt neu starten. Also, das war ja schon ganz gut. Aber irgendwo haben wir einen Fehler gemacht. Und dann war die Katze im Sack. Ja, du guckst ja oben nicht. Das ist ja das Problem. Ja, du guckst da. Ich vorbereite nur. Das ist alles, was du brauchst. So, und jetzt komme ich rüber und bringe erstmal die Teller. Und wenn ich irgendeinen fertigen Burger finde, nehme ich ihn mit. Okay, der kann schon mal weg. Dein Brötchen da unten. Warum hat der eine noch kein Fleisch bei dir? Nee, der Salat liegt hier immer noch. Er ist immer noch nicht geschnitten. So. Ja, der kann auch weg. Bring den weg. Bring den weg. Bring den weg. Und ich bereite dann schon mal drei neue Burger. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Käse. Äh, das. Das. Ja, die kann ich mir selber holen, die Drecksgeschirr-Dinger. Machen wir lieber das fertig da alles, was ich denen da hinschmeiße. Hä, da war doch ein fertiger Teller. Was ist denn? Weggepackt, oder was? Wo ist denn der mit der Tomate auf einmal hin? Hä? Verstehe ich nicht. Nein, da war doch gerade... Hä? Wo ist denn der mit der Tomate hin? Und der mit dem Salat? Ach, du hast den Salat noch gar nicht vorbereitet. Hier, dieser Burger. Der ist falsch. Tomate und Käse wollen die niemals haben. Wie hat man denn eben hier was weggeschmissen? Ja, verstehe ich alles nicht. Die Sachen verschwinden im Universum. Weil guck mal, du kannst hier so einen Teller, so einen Burger nehmen und den einfach hier so, hier so schwupp. Hm, dann kommt der raus, aber eben, eben ist er verschwunden. Okay, aber das haben wir wieder verkackt. Weil ich weiß nicht, wo die ganzen Sachen auf einmal hin sind. Ich hab dir perfekte Burger darüber geworfen und ich sehe hier nicht eine Tomate. Wo sind die Tomaten hin? Ja, ich frag mich, ich hab keine gefunden. Du hast dich sogar vorbereitet, da hingepackt und dann war sie weg. Oh, 440, das kann ja nicht so schwer sein eigentlich, ne? Nimm einen Teller mit, wenn du hier schon rüber gehst. Nimm auch einen Teller mit. Wenn du schon hier rüber kommst. Und du musst dir immer diesen, diesen Feuerwerfer da immer weglegen. So, hier. Bam. 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 Nur drei Fleiß. Immer nur drei Sachen vergeben. Ja, okay. Und mach bitte... Ich komme. Ich helfe dir. Den einen kann ich schon mal wegbringen. Ja, scheiße, wenn alles im Weg liegt, ne? Der war falsch. Ich weiß nicht, was du da belegt hast, aber der war falsch. Nicht einfach alles Mögliche da reinlegen. Wir haben einen Fehler schon gemacht. Guck mal, hier zum Beispiel. Da fehlt eine Tomate oder so. Ja, weil du den ja eben falsch belegt hast, genau. Hier, da fehlt noch eine Tomate. So, jetzt gebe ich dir wieder drei Fleisch. Eins, zwei, drei. Zweimal Käse. Zweimal Salat. Eine Tomate. Ah, wir haben noch gar keine Brüchenchen. Da wackeln oben schon wieder alle, Salvat, da wackeln alle. Ja, es ist so schwer, das Spiel. Es wird immer schwerer, Salvat. Es wird immer schwerer. Nein, du brauchst Käse, äh, Brüchen, genau. Den Teller brauchst du. Wir machen immer, stopp, 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 stopp. Wir machen immer ein nach dem anderen, okay? Die Zutaten, vier Sachen brauche ich. Die verschiedenen Sachen. Aber du hast ja drei Fun. Du kannst ja oben das so machen, wie du das brauchst. Ja, das ist, man, später ist ja auch eigentlich zu viert. Ich bringe schnell den Cheeseburger weg. 299, ist das nicht schlechter? Die sind sogar schlechter als vorher. Also das ist schon ein echt schweres Level, ne? Wir lassen das. Ja, das kriegen wir, das kriegen wir, das kriegen wir hin. Okay, aber nochmal. Einfach ein Rezept nach dem anderen bearbeiten. Aber die laufen doch alle gleichzeitig ab. Nein, guck, es sind nur zwei erstmal. Der Feuerlöscher weg. Dann hast du einen Platz mehr. So, soll ich dir jetzt schon mal das nächste geben? Guck mal, ein, ein zur Zeit. Das ist aber, oh, der hat doch das Falsche belegt. Ein zur Zeit, mach dir erstmal ein anderes. So, ich sehe also. ein brötchen da unten ein brötchen es ist fleisch und kein brötchen hier viel fleisch ja das muss ja so kochen wohin damit ja ich war kurz verwirrt ich habe ein fleisch Nein, da gehört Fleisch rein, Zalber Den hast du jetzt wieder richtig verschwendet Doch, da oben Guck doch, einer mit vier Ja, und wo ist bei mir Fleisch jetzt drauf? Wenn du Fleisch noch draufpackst, sind es fünf So, fünf Zalber, ja, fünf Ja, fünf ist richtig, Zalber Ja, sagen wir mal, fünf ist richtig fertig, ja Ne, so wäre das nicht War gut, bis du es verkackt hast Nur weil da vier steht, heißt das nicht, dass du einfach vier verschiedene Sachen aufbauen hast Ja, das wird ein Zutat zu viel geschickt Ne, habe ich nicht Ja, so einen Teller mitgenommen Ich mach zwei Burger Zwei Burger Ja, dann mach ich Ja, dann zwei gleiche Dann mach ich auch keine Fehler Ne, ein mit Ein ohne Käse Ja, das ziehe ich ja nicht Ja, aber was soll ich denn jetzt während das machen? Wollen wir einfach die Zeit verschreichen? No, bam 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 So, einer mit Tomate, einer mit Käse Das ist das einzige, was immer getauscht wird Käse und Tomate Hallo Nein Hallo Hey, warum geht das nicht? Ich drehe am Rad Hallo Was ist denn? So, da unten eine mit, ja Und einmal Käse Eins Zwei Eins Zwei So, Salat auch immer beide So, und das einzige, was wieder getauscht wird Einmal Tomate Einmal Käse Und das Bronto, der eine Zappelt schon Hier sind Sachen Die noch gar nicht geschnitten sind Und oben rechts sind bei dir jetzt irgendwelche Burger-Teile Aufs Schneidebrett Was machst du denn da? Warum liegt das Brötchen zum Beispiel nicht hier? So, Käse muss geschnitten werden Pronto, ja, schon zu spät Ich bin Goldstuhl, ich darf so los sein So, pack dir deine Teller doch da unten schon mal So hin, wieso sie brauchst Ja, das eine, was du schon in die Hand gehen, worfen hast Hat mich dir auch sein Konzept gebracht, kurz Nee Nee, die Taktik funktioniert einfach nicht Nur zwei Burger zu machen Die Leute haben Hunger Die Leute haben einfach Hunger Guck mal, die Panties Legst du viel zu spät da rauf Jetzt müssen wir ewig warten Währenddessen hättest du schneiden können Also ohne das ganze Minus Hätten wir es geschafft Ja, Zauber, was machen? Ich denke das hin Es ist immer so knapp Also nochmal, oder was? Ja, es ist ja noch knapp Ja, aber du musst die Prioritäten anders setzen Du musst das Fleisch köcheln, während du schneidest Ja Oder soll ich mal hier bleiben? Komm, werfen wir rüber Zwei Brötchen Wenn du nur zwei Brötchen machst, dann geht das ja Nein Wieso Käse? Ja doch Werf nur das rüber, was ich brauche Du hast gesagt, die ersten zwei Warum hast du jetzt ein Salat gebracht, was ich gar nicht brauche? Für den dritten Ja, aber jetzt habe ich Ja, dann musst du mir auch einen dritten geben Gib mir einen nur mit Käse Da oben steht er schon Ja, ich brauche auch ein Fleisch dann Und eine Tomate Ja, jetzt habe ich das Fleisch weggeworfen Und Käse, nicht Tomate Käse Zweimal Ein Fleisch noch Ja, dann Käse auch Du kannst ein dreckiges Geschirr schon abholen Ja Dann Brötchenbräuer auch Nur Fleisch Also Fleisch kannst du erst mal hier ein bisschen herwerfen Ich mache die Küche erst mal voll hier mit Fleisch Und dann habe ich noch Platz da unten schon mal Ja okay, erst mal drei hat's recht Weil dann kann man die daneben packen Aber ich brauche auch drei Brötchen So Dann Dann Ein Teller fehlt So Wo ist mein Teller? Da So Was brauche ich? Der schnell weg Der schnell weg Ah, scheiße Ich brauche auch Salat Ein Salat Schnell Ein Salat Ein Salat Ein Salat Eine Käse Zwei Salate Noch ein Salat Schnell weg Wo ist der Käse? Der Käse Schnell den Käse Oh, das war knapp Das war knapp Das war knapp Weg Oh, zeig mal Steht da dein Weg So, ich habe jetzt gar nichts mehr Ich habe jetzt gar nichts mehr Abwaschen immer dann Wenn du nichts zu tun hast Ja, mehr schaffen wir eh nicht mehr Nach Sekunden Aber mehr als mit dir Also, ich habe mehr Mehr Geld eingebracht Du hast nur falsche Prioritäten Wir haben es sogar geschaffen Mit mir Als Koch Lass dafür ein Abo da Ich würde mich auf jeden Fall freuen Und schreib mal in die Kommentare Wie gut ich bin Bis dann Nächste Folge Nächste Folge Nächste Folge Tschüss Videoaufnahmen Mein Volk Tschüss 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 Vielen Dank.